so und da sind wir wieder zurück hallo erst mal an dieser stelle ach ja stimmt wir haben das gemacht man sieht ich habe keine zeit zu schweißen und sowas ist jetzt auch nicht so dramatisch okay es ist doch dramatisch wenn ich keinen stahl mehr habe das sollte sich so das thema sein uhr vorsichtig hier ja 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 da geht ja was ab hier das haben wir alles machen wir auch noch mal so ein ring ringsrum der fertig ist auch ganz schön genau das auch sehr gut und jetzt da müsste ich eigentlich die dinge fertig stellen damit ich das nächste modul dran sitzen kann aber gut ich müsste sie vielleicht erst mal benennen das wäre ganz gut so gruppieren mäßig okay das geht okay das geht ach ja das geht so tipp 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 das ist dann ähm ähm äh 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 hangar zu hauptschiff genau das ist gut so das müssen wir mit dem verbinder auch noch machen der da oben ist so genau das ist dann auch äh ähm 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 so kann ich eigentlich kann ich mit dazu nehmen ne so genau wo ist es denn jetzt müsste glaube ich gleich kommen ne das ist oder da so speichern wunderbar okay dann kann ich das jetzt ohne schlechtes gewissen fertig machen und ähm ähm weiß es funktioniert noch okay wunderbar Motor kleine Steuerrohr und da können wir eh nicht alles merken da können wir eh nicht alles merken ich glaube das brauche ich nicht ähm ja ich glaube das müsste reichen so aaa sehr gut naja medium gut Teilpanzerung ja das braucht natürlich am meisten ist irgendwie klar ne so ob das jetzt ausräucht so aaa aaa geht doch aaa 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 ach Mist hättest nicht mehr fertig werden können naja egal passt ja erstmal soweit dann müssen wir jetzt die Merge Blocks heransetzen achso erstmal Farbe wieder verändern genau perfekt das und das ups dann das wieder ich geh jetzt mal hier lang ey nein ich vergaß ich hab ja keine keine Haftung hier das ist ein bisschen schade ehrlich gesagt so so halterung hauptschiff zu anga da sehr gut so ha so so aber ich werde heute an dieser Stelle schon mal Schluss machen denn mir geht's insgesamt ein bisschen schlechter und ich wollte jetzt aber gar nicht gar keine Folge von Space Engineers machen sondern halt wie ich es zumindest eine kurze von daher tja verabschiede ich mich wir sehen uns wenn alles gut geht morgen Abend zum Livestream wieder würde mich freuen also ich versuche es ich werde mich ein bisschen ausruhen schonen und noch mehr Vitamine futtern und alles mögliche nehmen dass das klappt also von daher in diesem Sinne bis dahin euer MrZocker ab jeden hier auf ein auf